Das ist Karneval, das ist fast erlauben. Und wieder zurück hier bei Center TV. Rheinzeit-Erlaub Spezial am 11.11. Lebe Michael. Dem herrlichen Maritimzug Köln bei immer noch strahlendem Sonnenschein. Und jetzt haben wir Altmeister des Kölschen fast leer. Zumindest einen. Hier sind die drei Kolonias. Und die müssen sich, glaube ich, jetzt mal ein bisschen selbst erklären. Frank, du bist der Einzige, den ich im Moment optisch so richtig einordnen kann. Wen hast du uns da mitgebracht? Ja, an der rechten Seite ist der Robacht. Und links ist der Marc. Ab Aschermittwoch. Ab Aschermittwoch. Das heißt, wir hier bei Center TV haben sozusagen eine Weltpremiere. mit den drei Kolonias. So kann man es nennen. Ist das geil? Micha, wir müssen unseren Center TV-Zuschauern sagen, die drei Kolonias waren eigentlich ein Highlight bei uns, weil wir gesagt haben, jetzt kommt was. Das können wir nicht mehr einordnen. Da wissen wir nicht mehr, wo es lang geht. Die sind knatschverdeutscht. Frank, sind die beiden denn auch so? Die sind genauso naturbekloppen wie ich quasi. Im Ehrlich? Wo habt ihr die denn aufgetan? In welcher, äh, in welcher, äh, wo waren die damals noch? In der Altstadt, äh, 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 Anstalt Eikamp. In der Altstadt oder in der Anstalt? In der Anstalt. Anstalt Eikamp. Ja, frag mal, äh, bist du denen vom Bahnhof nachgelaufen? Und hast du gesagt, ich bin jetzt ein drei Kolonias? Ja, ganz, so ungefähr war das. Ähm, der Frank ist auf uns zugekommen. Er hat uns gesehen, er hat uns entdeckt. Wir zwei sind auch schon länger musikalisch zusammen unterwegs. Und wir wohnen im schönen Bergischen Land, wie er sagte, im schönen Eikamp bei Odental. Leck mich schön, das leck. Frank, gib das Mikro doch mal an den anderen Mann weiter. Der, 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 der soll ja auch mitsingen. Der, der muss ja auch reden können. Ja, ja. Wie gefällt es dir denn jetzt in dieser Formation? Mal ganz unter uns mit dem Alles Sack in der Mitte. Ja, das war ja das Besondere. Früher war es ja umgekehrt. Er war ja der Jüngste, jetzt ist er der Älteste. Und ich kann sagen, das macht richtig Spaß, endlich mal eins zu haben, der älter ist. Ist doch schön, ne? Man könnte auch sagen, Frank, scheiße gelaufen, ne? Ja. Aber seitdem hat er mehr Glück bei den Frauen, das ist ja auch was. Was habt ihr uns denn für ein Lädchen mitgebracht in dieser wunderbaren neuen Formation? Es ist kaum zu verkennen, was wir kennen. Ja, ja, ja. Und von? Unglaublich, Yvonne. Jawohl. Wusste ich ja noch gar nichts von. Dann würde ich euch doch bitten, auf unsere wunderbaren anderen Formation zu gehen, denn das wollen wir natürlich von den neuen alten drei Kolonias hören. Liebe SensorTV-Zuschauer, sind Sie uns nicht zu sehr böse. Jetzt sind wieder die drei Kolonias in neuer Formation, aber genauso bekloppt wie die alten. Wir beide können nichts dafür, jetzt für Sie die drei Kolonias, die Q Yvonne. Mumu, ich bin ne Kuh und hab ein Herz genau wie du. Mumu, ich heiß Yvonne und kommt ein Stier, lauf ich davon. Mumu, ich bin ne Kuh und hab ein Herz genau wie du. Mumu, ich heiß Yvonne und kommt ein Stier, lauf ich davon. Wir braven Kühe stehen abends in den Boxen, teilen das Futter auch noch mit einem Ochsen. Ich bin noch gut drauf und träum von Liebe. Mumu, endlich am Morgen, dann geht es auf die Weide, da kommt ein Bulle, ach, was für eine Freude. Mumu, ich bin ne Kuh und hab ein Herz genau wie du. Mumu, ich heiß Yvonne und kommt ein Stier, lauf ich davon. Mumu, ich bin ne Kuh und hab ein Herz genau wie du. Mumu, Mumu, ich heiß Yvonne und kommt ein Stier, lauf ich davon. Mir jucken die Euter, ich will noch was erleben, aber der Ochse steht regungslos daneben. Du warst ein Bulle und konntest so gut lieben, wo ist dein Feuer von früher denn geblieben? Mumu, ich heiß Yvonne und kommt ein Stier, lauf ich davon. Mumu, ich bin ne Kuh und hab ein Herz genau wie du. Mumu, ich heiß Yvonne und kommt ein Stier, lauf ich davon. Mumu, ich bin ne Kuh und hab ein Herz genau wie du. Mumu, ich heiß Yvonne und kommt ein Stier, lauf ich davon. Mumu, ich bin ne Kuh und hab ein Herz genau wie du. Mumu, ich heiß Yvonne und kommt ein Stier, lauf ich davon. Mumu, ich bin ne Kuh und hab ein Herz genau wie du. Ich heiß Yvonne und kommt ein Stier, lauf ich davon. Und kommt ein Stier, lauf ich davon. Und kommt ein Stier, lauf ich davon. Wir sagen ein herzliches Dankeschön unseren drei Kolonias. Tschüss!